Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer gemütlichen Runde DeInfected. So, wir haben schon wieder mal Nacht und wir brauchen Protein. Hatte ich noch was im Rucksack drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Kohlehydrate sieht super aus. Die Gurke, die essen wir jetzt gleich mal wassertechnisch. Sieht es mal wieder mau aus? Was? 1 Uhr? Pass auf, ich leg mich glaube ich mal schlafen und dann können wir mich... Nee, ich kümmer mich jetzt mal... Pass auf, nee, wir legen uns schlafen. Wir legen uns schlafen, da sehen wir wieder mehr. Und dann wollen wir doch mal gucken, was jetzt passiert. Bis um 6 Uhr, mal um halb 7 Uhr. Zack, ja gut, 10 vor 7 Uhr. Auf jeden Fall ist es wieder ein bisschen heller. Wir sind leicht dehydriert. Oh nee, Proteine auch. Aha, schade. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Ah, Gott sei Dank, wir haben hier... So. Das schaut gut aus. äh, wassertechnisch schaut es nicht so gut aus. So. Ach, voll gut. So, ganz kurz. Befüllen. Aber ich drücke immer wieder die falschen Knöpfe. Ja, ja, ja. Zack. Und gleich nochmal. Dass wir hier mal reinkommen, wieder in die Geschichte. So. Machen wir mal den Eimer komplett voll. Vielleicht haben wir Glück. Und oben unsere Wassermelone. Müsste schon fertig sein. Dann können wir das als Wasserersatz nehmen. Und dann... Machen wir so ein bisschen Routinearbeit. Und vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir heute wieder mal auf Erkundung gehen. Weil ich möchte unbedingt diese Pläne haben. Na, okay. Geh auf da. So, perfekt. Das restliche Wasser. Hier können wir wieder schließen. Das restliche Wasser können wir hier reinbringen. Ah, sehr gut. Wie schaut es hier aus? Kann man ernten hier? Und... Warte. Ach so. So, zeig mal her hier. Fug. So, dann wächst das so. Melone. Komm her hier. Ernten. Zack. Gleich schnabulieren. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Proteine sind auch gestiegen. Das für Kohlenhydrate. Die Gurken sind auch fertig. Ah, das läuft. Das läuft langsam. Ah, langsam kommt man doch da rein. Dass wir kontinuierlich was zum Schnabulieren haben. Uh. So. Gut. Wie schaut es denn da aus mit dem Wasser? Muss man da nochmal nachfüllen? Nee, ist noch voll. Dann können wir gleich nochmal nachlegen. Perfekt. Und da kommt auch schon mein Protein vorbei. So. Und... Machen wir hier nochmal die Gurken rein. Perfekt. So. Wo ist das? Schweinchen? Schweinchen? Oh, irgendwo da. Hm? Humba. Humba. Ah, da ist es. Guck mal. So. Kriegen wir da auch so einen originalen Headshot hin? Oh ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Freut mich. Dann können wir das Fleisch gleich mal hier wieder draufpacken. Achso, Feuer brauchen wir ja auch, ne? Warte mal. Jetzt ein bisschen Wasser auffüllen. So, Protein ist noch ein bisschen Mangelware. Aber, wir nehmen jetzt mal den Baumstamm hier. Und machen daraus mal ein bisschen Feuerholz. Das muss ich auch mal wieder machen. Ja, ich nehme es hier quasi am Stück auf, weil ich immer ein bisschen vorproduzieren muss. So, werfen wir euch da mal her und jetzt ernten wir euch ab. So, zeig mal her hier. So. Ah, ist schon voll wieder. Äh, warte mal. Ein bisschen was fürs Auge mal wieder. Ihr kennt das ja mittlerweile. Das müsste noch ein bisschen verfeinert werden mit der Checkbox. Aber okay. So, ihr kommt da mit rein. Hier, dieser linken Milch kommt auch mit rein. Das kommt auch mit rein. Können wir schon mal anzünden. Perfekt. So muss das laufen. Komm her, ja und du auch. Gleich mit rein. So. Feuer Nr. 1. So. Dann. Oh, heil, warte, 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 warte. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Hä? Da war gerade noch eine Wassermelone. Wo ist er? Oh, nicht, dass ich dich wieder erschrocken werde. Da muss er mich wohl. Na, wo ist er? Seht ihr den? Ich seh ihn nicht. Hä? Ach, und das ist gleich zu Beginn. Ey, Wahnsinn. Die wollen mich doch ärgern. Ich geh mal hier lang. Na, wo ist er? Wo ist er? Anscheinend ist er wieder von dannen gezogen. Kann das sein? Ich seh ihn nicht. Gut. Sind wir genug abgelenkt worden? Ernten. Und ernten. Jetzt sind wir schon wieder voll. Zack, zack. So. Die Schmiede, die läuft noch. Wie schaut's da aus? Äh, fast leer. Zack. Und zack. Warte, wie viel haben wir da? Drei? Die Org ist wunderbar. Guck an, die zwei können wir dann gleich wieder drauflegen. So. Und. So. Und nachfuere. Fuere immer nach. Jawollingen. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Der ist fertig. Den lass mal drauf liegen. Und was mich wundert ist. Hier. Wo ist jetzt der Klumpen hin? Ja, da war jetzt gerade ein Fehler drin. Habst du's gesehen? Warte mal. Ich nehm mal zurück. Vielleicht muss ich ihn hier erstmal teilen. So. Und jetzt rein stöpseln. Ah, jetzt läuft's auch die Uhr. Gucke. Hm. Na ja. So soll es dann noch sein. So. Gut. So. Oh. Stick sieht nicht so toll aus. Aber hier haben wir hier noch ein bisschen was rumliegen. Müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie wir das hier machen. So. Genau. Wunderbar. Gefällt mir schon mal sehr gut wieder. So. So. Die lass ich aber jetzt noch aus, weil ich hab nichts zum reinlegen. So. Den Einstein. Wupp. Liegt jetzt in unserem Köpfchen. Der ist auch schon fertig. Stick. Sehr gut. Die brauchen wir noch ein bisschen. Ja, die brauchen noch. So. Genau. Klamotten. Genau. Klamotten müssen wir mal wieder basteln. Mal kurz gucken. Was haben wir denn da? Schutzkleidung. Was brauche ich hier? Zehn Federn. 25 Fasern. Und. Hm. Okay. Ein Haufen Material wieder. Bestimmt, wo habe ich eigentlich meine Mütze? Ist die noch hier drin? Nee. Die Mütze ist auch nicht da drin. Okay. Haufen Pflanzenfasern brauchen wir auf jeden Fall. Ich nehm halt die mit. So. Wie viele Federn habe ich? Fünf. Hm. 15. Ist gar nicht. Ah ne, passt auf. Wir machen es wie folgt. Die Klamotten werde ich im Off zurecht basteln, weil das haben wir ja schon zusammen gemacht. Ähm. Und wir gehen jetzt mal so langsam Richtung, ähm, sag's mal schnell, Richtung Erzmaschine. Die schaut so essenstechnisch aus. Die Proteine sind das Problem. Und Wasser. Genau, bevor wir das vergessen, füllen wir unsere Flasche wieder auf. Trinken gleich mal einen Schluck, dass wir da voll sind. Sehr gut. Gleich nochmal nachfüllen. So, sehe ich besser. Und euch. Erstmal gleich. So, dann gehen wir mal Richtung Erzmaschine. So, ein Lump. Jetzt hat er mir meinen Pfeil weggenommen. Jetzt habe ich nur fünf Pfeile. Alles klar, wir gehen mal Richtung Erzanlage. Das war in dieser Richtung. Ah, war hier, ne? Ich glaube schon. So, diesmal da mal geschwind hin. Ich rüste mich mal mit dem Sperr aus. Dann können wir die nämlich betanken. Dann haben wir da wieder ein bisschen Aluminium. Genau. Genau, elektronische Teile. Da steht es doch schon. Hallo. So, die elektronischen Teile. Da fehlen uns nur noch drei für unser Wasserhaus. So, schauen wir mal kurz mal. Oh, guckt euch das an. Das ist mächtig gut. Warte, kurz so. So, und Ah, vielleicht können wir das ja so... Ach, hier fährt weg. Ejo, alles raus, bitte. Da ist auch noch Kohle dabei. Nehmen wir alles mit. Dann können wir auch gleich hier befüllen. Oh, fünf reichen schon. Ist voll. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht überladen. Sehr schön. Passt sogar. Machst du mal so. Den auch hier mit her. Und dann schalten wir dieses Ding hier ein. So, die malucht wieder. Sehr schön. Jawohl, das läuft doch. Dann können wir uns jetzt noch Aluminiumbarren herstellen. Das ist sehr geil. Da wollen wir doch mal gucken. Wow, 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 wow. Bär, 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 bär. So. Die spazieren hier aber auch immer so random rum, ne? Mann, Mann, Mann. So, und dann müssen wir auch noch Holz sammeln. Oh, wir müssen so viel machen, damit eigentlich der Zaun hier mal fertig wird. Und Stein. So, ich geh mal hier rein. So. Gut, dass wir die Tür offen gelassen haben. So, jetzt pass auf. Also. Hier schmeißen wir jetzt einfach mal ne Kohle rein. So. Zack, zack, zack. Einmal eins. Der kommt raus. Einmal Kohle rein. Zack, zack. Äh. Wieso kann ich den da nicht reinlegen? Äh. Da ist ein Grafikfehler drin, ne, gell? Müssten hier nicht die zwei? Ah, guck mal an. Da war jetzt gerade ein Fehler, ne? So, jetzt aber. Ja, wunderbar. Die Kohlen lassen wir mal. So. Wie viel Aluminium habe ich noch dabei? Einen. Kriege ich den hier mit rein? Ja, sicher. Perfekt. Die Kohlen. Lassen wir auch da. Ich muss unbedingt noch ne Kiste bauen, wo wir mal die ganzen Samen reinpacken können. Jo. Das müssen wir unbedingt machen. Ah, ist gleich fertig. Guckt euch das an. Richtig gut. So. Zack. Und ich muss mehr Regale bauen. Also es wird auf jeden Fall viel, viel kommen. So. Wie schaut's hier aus? Da ist leer. Braucht wieder ein Tier. Ein Schaf oder eine Reh. Sieht schon wieder nach Regen aus. Genau. Also wie gesagt, das sind wir die Klamotten, die wir hier noch brauchen, die leider hier weg sind. Das ist mir ein bisschen ärgert. Die machen wir dann. Die fahren wir dann einfach mal. So. Schauen wir mal schnell hoch. So. Genau. Hier haben wir noch das Geländer. Warte mal. Kann man das mal anzeichnen? Vielleicht gab es doch so ein geteiltes Ding. Ah, da ist die Leiter ein bisschen. Ah, okay. Warte mal. Ich setze das jetzt erstmal. Kann man die vielleicht ein bisschen weiter rüber setzen? Oder muss ich die... Oh, die muss ich komplett abbauen. Die kann ich nicht mehr verrücken. Ah, okay. Weil das sieht so ein bisschen blöd aus. Hm. Nun gut. Wie viele Pfeile haben wir? Fünf. So, das wächst hier so langsam. Wasser ist auch noch genug da. Sehr schön. Ah, da. Kartoffelchen. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Wie spät haben wir es denn? Zwölf Uhr mittags. Jetzt gucke ich mal auf die Karte. Also, wir waren schon hier und hier. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt dann demnächst mal hier Richtung Sumpf, weil ich möchte den größeren Rucksack haben. Und dafür brauche ich ja Krokodilshaut. Na, Krokodilshaut war das. Warte mal. War das hier bei Gegenstände? Hm. Oder zählt das zu Lager? Nee. Machst du mal hier Sonstiges auch nicht. Gehen wir mal durch. Ah, hier der Rucksack, da ist er. Krokodilshaut. Achtmal. Da würde ich sagen, ich sammle jetzt erstmal Federn. Und Steine. Damit ich mir Pfeile basteln kann. Warte mal. Ich habe doch auch hier die Möglichkeit. Nein. Knochenpfeile zu lassen. Was brauche ich denn dafür? Die können wir einfach so herstellen. Okay. Vielleicht. Aber Knochensplitter. Wie stelle ich die her? Das ist die Frage. So. Wie stelle ich die her? An der verbesserten Werkbank. Hm. Ja, ist ja ein bisschen blöd, ne? Da müssen wir noch ein paar Federn sammeln und Stöcke. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Pass auf. Wir basteln uns jetzt einfach mal ein paar Pfeile. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mal einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das passt schon mal. Jetzt brauche ich noch Steine. Ich brauche jetzt erst mal Steine. So. Was hast du hier? Mais. Okay, cool. Lasse ich aber erst mal stehen. Damit ich weiß, dass da noch was ist. Und habe es dann später vergessen. So. Wo sind hier Steine? Der sieht doch ganz gut aus, der Kumpel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dass ich zumindest zweimal einen Fünferstick machen kann. Alter. Ja, der gibt mir wenigstens ein Seil. Sehr schön. So. Den Zaun muss ich auch unbedingt jetzt mal fertig kriegen. So, lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Super. Jetzt fehlt mir einstecken, oder? Jetzt ist fix. Hammer gleich, hammer gleich. So. Da, 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 da. Lapp. Und zack. Sehr schön. Haken wir die gleich wieder rein. So. Wie spät haben wir es? Wir haben es jetzt. 1.25 Uhr. Das müsste von der Zeit eigentlich hergehen, ne? So. Karte gucken. Huch. Karte gucken, wir müssen da lang. Laufen wir da jetzt einfach mal schnell hin. Wassertechnisch, kurz gucken, warte, warte, warte. Da muss man immer dran denken. 60 Wasser haben wir da. Inventar aber noch ein bisschen frei machen. Ja, klasse. So, der Stein kommt da rein. Wie schaut es hier aus? Den sollten wir anmachen, damit es auch funktioniert. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. So. Dann haben wir hier. Kommt wieder weg. Kartoffelchen geht auch noch rein. Zack. So, warte mal. Die Kohlen. Können wir den mit hinstellen. Und die Federn können wir auch zurückpacken. Dass wir wirklich nur das Nötigste dabei haben. Weil ich weiß nicht, wie groß diese Krokodilzaut ist. Aber in diesem auch los. So. Na ja, Proteine sind wieder mein Problem. So. Da war noch mal ein Melönchen. Das ist aber alles da, weil das ist bei uns vor der Haustür. Das können wir dann später rausholen. Da wäre ein Schweinchen. Okay. Also jetzt Operation. Großer Rucksack. Boah, ist ein ganz schönes Stück, ne? So. Wollen wir doch mal gucken. Wie diese Krokodile so drauf sind. So, hör mal der Nase nach. Ah, der Sound von dem Gewitter ist echt gut, ne? Weil es dringt hier ins Ohr rein und kommt hier wieder raus. Na, dieser Schall, der da entsteht. Richtig gut gemacht. Ich hoffe, dass sie das bei den Wambis auch hinkriegen. Weil wenn die loslegen... Hab ich auch schon oft genug gesagt. Da kriege ich immer Gänsehau, oder? Na, gleich die Richtung. Ja, aber wieder mal so ein Spaziergang. Durch den Wald. Und wir brauchen unbedingt... Ach, Schock. Wir brauchen unbedingt den Plan für... ...für die verbesserte Werkbank. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Aber ich möchte unbedingt die Sachen noch bauen. Hier wie eben diesen... Öl-Instruktor, der da quasi unser Biodiesel herstellen kann. Da sind wir da auch nicht mehr drauf angewiesen. Dann eben noch... Ja, was denn noch? Ja, sind gleich da. Die Hälfte des Weges Hammer. Genau dann die Knochenpfeile. Vielleicht sind die noch besser und stärker. Oh. Und das ganze andere drum, ne? Die Chemiestation und den Herd, so wie einen Kühlschrank können wir bauen. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, Strom. Also für den Kühlschrank zumindest. Siehst du? Müssen wir auch noch basteln. Wollen wir mal gucken. Oh, das sieht aber schön aus. Guck dir das an. Jawohl. Ich gucke auf die Karte. Wir müssen ein bisschen weiter rüber. Achso. Jetzt dachte ich gerade, was ist denn nur los? Oh, 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 oh. Kein Fallschaden. Sehr gut. Oh, wie laufe ich denn jetzt am besten? Ich bin genau an diesem Bergkamm, gell? Ach komm, lauf mal oben drüber. Mal gucken, wie steil das da auf der anderen Seite ist. Vielleicht haben wir ja Glück und kommst du durch. Ah, das fetzt schon. Jetzt haben sie echt cool gemacht. Gefällt mir. Warte mal. Gehen wir mal hier lang. Oh, nein, 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 nein. So soll es jetzt nicht laufen. Hoch, hoch. Spring, spring. Du mit deinem müden Knochen. Auf geht's. Hey, was ist los mit dir? Nee, da komme ich nicht hoch. Ist eine, wie heißt das, so eine Alpha-Wand? So eine unsichtbare? Boah, nee, oder? Mein Bogen ist auch bald wieder hinüber. Hm. Ich glaube, ich muss auf meine Ausdauer mal achten. Ja, warte mal kurz. Weil sonst hänge ich hier fest. Alter, ist das dein Ernst? Komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Ach, doch. Ja, sicher. Und der Fuchs kommt, ja. Da kommen wir auch. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, komm. Ja. Wo ist er? Ich habe jetzt gedacht, ich habe mich da festgepackt. Aber nein, alles gut. Alles easy. So, gehen wir halt hier mal hoch. Nein, will er nicht. Da waren schon wieder irgendwelche Schritte. So, jetzt müssen wir mal gleich beim Sumpf sein. Bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Es sieht mal aus wie hier so ein Sumpfgebiet, ne? Sehr gut. So, unsere Werte. Oh, wir haben Durst. Trinken wir gleich einmal was. Der Rest passt eigentlich noch. Mal so für zwischendurch, ne Gurke. Mhm. So, ich freue mich, wenn wir dann den großen Rucksack haben. Da können wir nämlich mehr mitnehmen. So, wo bin ich jetzt? Ah, ich muss hier rüber, gell? Ja. Dann sind wir gleich da. So. Ah, cool. Schaut euch das an. Ja, wie cool ist das denn gemacht? Einfach so mittendrin. Da hinten laufen schon zwei. Ah, cool. Huch. Vor lauter Freude, falschen Knopf gedrückt. Ah, ich laufe hier einfach so blind rein, ne? Müssen wir mal ein bisschen gucken. Alter, genau. Da, trifft. Nee, nicht getroffen. Wo ist jetzt der Fuchs? Der soll mich jetzt bloß in Ruhe lassen. Ich muss mich hier konzentrieren. Nicht, dass ich gefressen werde. So, wo seid ihr? Da laufen sie. Ich probiere es nochmal. Oh ja. Ah, fuck. Ähm, warte mal. Ich hab grad ein Problem mit meinen... Mein... Ja, genau. Warte mal, was jetzt? Oh, Glück. Glück des... Oh. Warte mal, kann ich mir meinen Bogen basteln? Nee, ich hab kein Zeug, ne? Ich brauch Stecken. Das wär's ja jetzt, wenn der Fuchs von hinten kommt und nicht mehr meinen. Warte, ich brauch einen Bogen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich für einen Bogen brauche. Warte mal. Oh, was hätte ich zuerst machen sollen? Den Bogen basteln. Oh, warte, warte, warte. Stock und... Drei Stöcke und ein Seil war das jetzt, gell? Scheiße. Ein Stock und drei Seile waren's. Und für das Seil brauche ich bestimmt die Werkbank, ne? Ah, kann nur an der Werkbank hergestellt werden. Also. Missing in Action. Wir probieren's. Oh, ein Pfeil. Wo ist er? Huch. Alter, alter. Geh, 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 geh. Ah. Oh ja, der packt fest, der packt fest. Oh, oh. Oh, warte, 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 warte. Wie geht's mir, wie geht's mir? Halt, so. Oh, zwei Verletzungen. Äh, einmal. Zweimal und den Vorsichtshalber nochmal mitnutzen. Jawohl. Läuft, 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 läuft. Wie geht's mit dem Speer? Oh, nee, mehr so doll. Aber hier war der Pfeil. Hier, schwebende Art. Oh, 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 oh. Wie viele, äh, Outfits haben wir? Zwei Stück. Äh, Mulch weg. Ja, weg. Ich brauch Platz. Wie schwer sind denn die Dinger? Oh, ich glaub, die haben Gewicht. Ich glaub, die haben Gewicht. So, da ist noch ein Krokodil. Gesundheitstechnisch 60. Ah, der Sound, da muss ich auch nochmal dran arbeiten. Ja, komm her, komm her, komm her. Drei, drei Hiebe, drei Hiebe, drei Hiebe brauchen sie. Okay, okay, warte, 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 warte. Was war denn das hier? Verbesserte Verbrennung. Ja, die Technologie brauchen wir noch unbedingt. Okay. Warte. Und ab, ja. Ah, das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut. Oh, ich muss meine erste Hilfe kidnämmen. Oh, da liegt sie schlafen. Da, komm her. Oh, zwei auf einmal nicht. Warte, wir kümmern uns erst um den. Ah, der Speer ist gleich im Arsch. Der Speer ist gleich im Arsch. Der Speer ist gleich hier drüber. Habe ich hier noch irgendwie so eine Art Stein? Steintchen? Vier Stück haben wir schon mal, das ist schon mal sehr, sehr geil. Oh, Schaf, geh weg. Ähm. Ah, oh Mann, 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 Mann. Oh, Glück ist Geschick. Oh, Glück ist Geschick, oh, Glück ist Geschick. Zack. Was brauche ich für den Speer? Drei Mal Stock, fünf Mal Pflanzenfaser. Das müsste ich doch haben, warte mal. Ja, sicher, guck an. Hat er gemacht, ne? Ja, weil ich kein, äh, sag's mir schnell, kein Bogen, mehr habe. Deswegen hat er den gemacht. So, komm mal her hier. Korkutile sind nur mies gelaunt, wenn sie schlechte Zähne haben. Oh, das geht zu leicht. Das geht zu leicht, ne? Das geht ein bisschen, oh, ich bin überladen. Warum? Oder fleischtechnisch. Uh, 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 uh. So, wie viel haben wir denn schon? Sechs. Sechs haben wir schon noch. Ah, warte mal, wo kann ich denn diesen Rucksack herstellen? Ach Gott. Größerer Rucksack, der dir da ermöglicht, mehr und schwerer zu tragen, ja, wird am Webstuhl hergestellt. Ach du Schande, ich brauche noch einen Webstuhl. Guck mal her, sieh. Huh. Ach, scheiße, ich bin tot. Ist das dein Ernst? Ja gut, okay. Aber wir haben schon mal ein bisschen Haut. Das ist schon mal wichtig. So, die Kohle packen wir mal hier mit rüber. So, müssen wir ein bisschen umdisponieren hier drin. So, was kann ich denn noch wegtun hier? Die Samen. Ach, drei Fächer braucht ihr gleich. Ähm. Den kann ich auch mit rausnehmen. Lehm. Ja, Lehm, ne? Hm. Hier, Tierfett mal raus. Hier, Tierfett raus. Yep, alles raus. Hm. So. Tierfett gehen auf jeden Fall jetzt. Ach. Ist das dein Ernst? Ja, dann machen wir halt noch ein bisschen Platz da. Freilich. So. So. Okay. Schauen wir mal nochmal hier rein. Ähm. 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 Macht keinen Sinn, ne? Ne, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. Was habe ich hier? Brauche ich so viel Leder? Hm. Machen wir mal so. Also, um Disponiererei hier. So. Ne, das wird irgendwie nix, gell? Ne, das wird nix. Ist ja auch blöd. So. Lass mal kurz gucken, wie es uns geht. 55 haben wir nur noch. Eiei. Das ist nix genaues. Äh, Webstuhl. Genau, den können wir ja noch hinstellen. Und dann... Platzierbares. Der Webstuhl. Ach, da muss ich die Technologie erst finden. Okay. Dann machen wir es anders. Ich bastel uns erst mal eine... ...Kiste. Mal wieder. So. Die dauern wir damit hin. Zack. Was brauche ich dafür? Acht Bretter. Kein Problem. Oder ist ein Problem, weil ich habe keinen Platz. Nummer 1. 2. Nummer 3. Sehr schön. Ist fertig. Sehr schön. Haben wir das Aluminium auch fertig. Das freut mich. Und... ...zoperieren, weil mal können wir die Samen ja auch wieder zurücklegen, ne? Okay, das war's mit Samen. So. Acht Bretter. Eins. Sechs, sieben, acht. So machen wir acht. Ja, neun haben wir dabei. So. Zapp, zapp, zapp. So, und hier rein mit der Haut. So, dann können wir die Haut hier... ...umpacken, weil dann packe ich da drüben... ...alles, was mit Haut und Tüchern zu tun hat. Da mit rein. Oh, ich bin überladen. Leck mich doch. So. Einmal. Zack, zack. Weg damit. Oh, wir haben unser Fleisch noch. Das können wir mal abgrillen. Äh, Kohle hat mal keine mehr dabei. Ne, hat man nicht. So. So. Geht da oben nochmal rein. Wie viel hast du hier? Hast du null. Hast du wieder. Zack. So. So, dieses Holz kann ich nicht nehmen für Feuer, gell? Jetzt mal kurz gucken. Ja, scheiße. So. Ist zu groß, glaub ich, gell? Ja, ist zu groß. Nicht so schlimm. Wir finden ja Verwendung dafür. So, da leh. Dann zerhauen wir dich grad mal. Ach komm, dann ist der fertig. So. So. Sadele. Windmulch müssten wir noch jetzt schon haben. Genau, dann können wir das schon mal anzünden. Sehr gut. Das machen wir jetzt noch fertig hier. Unser Feuer. Und dann würde ich sagen, beenden wir den heutigen Part. Ja. Vollingeln. Freut mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und in der nächsten Folge holen wir uns die restlichen heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's es gut. Ciao. Äh. Das war's für heute.